Ich mache vor, ihr wärt der Erschöpfer von Euro-Disney. Man setzt sich jahrelang hin ans Reißbrett und macht man heute nicht mehr Reißbrett, aber setzt sich jahrelang hin an den Computer, kommt mit den tollsten Ideen, konstruiert das Ganze, baut das Ganze, dann ist es fertig und dann gehst du weg und gehst nach Genf. Wird doch kein Mensch machen, oder? Sondern, wenn du das Ding gebaut hast, ich zumindest, wenn ich der Erschöpfer wäre, davon, ich müsste jeden einzelnen Pfad davon ausprobieren. Wollen. Einfach aus vollster Freude. Du gehst da nicht rein und sagst nur, naja gut, sieht alles toll aus und jetzt bin ich weg. Du kannst nicht Space Mountain erleben, wenn du nicht in Space Mountain diese Pfad reingehst. Einfach nur drauf gucken, gibt dir nicht die Erfahrung. Und so sagen die Schriften halt einfach, weil Gott alles kreiert, was wir so wahrnehmen, will Gott auch alles wahrnehmen und zwar aus der Sicht des jeweiligen Dings. Wenn du bei Euro Disney eine Fahrt für Vierjährige baust, wirst du als Erwachsener niemals das so wahrnehmen können, wie ein Vierjähriger das wahrnehmen wird. Mit dem, oh, boah, guck mal da, fliegt um den Boden. Alles ist noch total faszinierend. Für uns als Erwachsener, weil wir schon ganz viel anderes erlebt haben, wäre die Wahrnehmung ganz anders. Man sagt, ja, haben sie nett gemacht und sieht toll aus, aber dieses, boah, wird nicht passieren. Und so wird halt einfach gesagt, okay, das Göttliche tritt dann in diese unterschiedlichen Manifestationen ein, um das halt zu erleben. Aber ganz automatisch ist da so ein Sog, wo das Göttliche auch wieder ganz frei erleben möchte, dass es das Göttliche ist. Diese einzelnen Teile, die dann verschleiert sind von dem, was wir halt als Schöpfung betrachten. Und diese Entfaltung, dieses näher Herankommen an das Göttliche, an das Erleben der Reinheit des Göttlichen, passiert ganz automatisch. Da brauchen wir nichts für tun. Das Erleben der Reinheit des Göttlichen, passiert ganz automatisch. Das Erleben der Reinheit des Göttlichen, passiert ganz automatisch. Das Erleben der Reinheit des Göttlichen, passiert ganz automatisch.